Hey Freunde, ich soll euch einmal Bescheid sagen, wenn ich vorhabe, duschen zu gehen. Und ich wollte euch nur sagen, ich werde jetzt duschen gehen und ich hoffe, ihr seid auch live dabei. Nein, warte mal. Ich soll euch Bescheid sagen, wenn ich streame. Diese blöde Autokorrektur, hä? So kann man kein Script mehr in Ruhe schreiben. Ständig vermasselt das, die Autokorrektur. Ich bin jetzt gleich live. Viele wünschen sich das immer. Und jetzt sage ich euch mal, ich möchte streamen heute wieder. Ich streame eigentlich fast jeden zweiten Tag. Und diesmal halt Isaac. Wir sind gerade bei Windstreak Nummer 31. Es kann sein, dass wir direkt abkratzen. Ich kündige das jetzt eigentlich an und dann kratzen wir direkt im ersten Run ab. Dann weiß ich nicht, was ich mache. Ich glaube, dann zeige ich noch ein paar Runden Isaac. Und danach vielleicht was anderes. Aber hoffen wir einfach mal, dass ich nicht abkratze und wir eine schöne Isaac-Zeit haben. Ich freue mich auf euch. Die Haare sind wieder so bananig. Das sind sie immer nach dem Duschen. Vielleicht legen sie sich gleich irgendwie anders. Naja, bis gleich. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr doch beim Duschen dabei sein wollt, dann hey.